Kaum vorzustellen, dass sich das kleine Mädchen irgendwann mit Vergnügen dieses Erinnerungsvideo ansehen wird. 15 Maden werden aus ihrem Zahnfleisch entfernt. Sicherlich keine angenehme Prozedur. Ob es die Eltern waren, die hinter der Kamera standen, ist nicht geklärt, aber anzunehmen. Und wenn es etwas Bewundernswertes an diesem kleinen Horrorfilm gibt, dann auf jeden Fall das kleine Mädchen, das mit bemerkenswerter Tapferkeit die strapaziösen Minuten durchsteht. Der sicherlich erlösendste Moment, in welchem die kleine Heldin die Praxis wieder verlassen darf, ist leider nicht zu sehen.